Um seiner Alkoholsucht zu entfliehen, will Bernd, 37, neben einem stationären Entzug auch einen Umzug in eine neue Unterkunft in Angriff nehmen. Natürlich nicht ohne seine gute Freundin Nina, 39. Er will von dem Dreckzeug weg, oder? Sagt Nina in der neuen Folge Harz und herzlich aus Trier. Ihr Mitbewohner antwortet, sicher will ich davon weg. Vor allem will ich freiwillig in Therapie, ich werde ja nicht gezwungen. Einen kalten Entzug dürfe er allerdings aktuell nicht machen, so der von Erwerbsminderungsrente und Grundsicherung lebende Trierer. Dann würde ich gar nichts trinken, aber dann zitter ich wie so ein Zitteraal. Problem! Das von ihm und Nina bewohnte 45 Quadratmeter große Haus liegt zentral in der Karl-Marx-Geburtsstadt, weshalb viele Bekannte regelmäßig vorbeikommen. Das freut Bernd zwar, allerdings würde dann auch immer Alkohol getrunken werden. Nach einem Entzug könnte der 37-Jährige so immer wieder zum Trinken animiert werden und einen Rückfall erleiden. Harz und herzlich! Die machen für uns den ganzen Papierkram fertig. Relativ schnell gibt es gute Nachrichten für den Alkoholsüchtigen und die Bürgergeldempfängerin. Denn schon in der nächsten Woche könnte der Umzug vollzogen werden. Nur 300 Meter weiter könnten sie eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus beziehen. Darum hat sich die Mitarbeiterin der städtischen Sozialraumkoordination gekümmert. Die gute Frau hat das alles schon in die Wege geleitet. Die machen für uns auch den ganzen Papierkram fertig, freut sich Bernd. Zwei Ämter müssen dem Umzug aber noch vorab zustimmen, damit alles seinen Gang geht. Ich habe meine Zusage von der Grundsicherung, und das Jobcenter braucht halt bisschen länger, gibt sich der schon wieder sichtlich alkoholisierte 37-Jährige dennoch zuversichtlich. Das war's für heute.